Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect. Ich habe gerade mal tatsächlich nachguckt, weil es ist tatsächlich so, dass Mass Effect 1 der am schlechtesten bewertendste Teil der ganzen Reihe ist. Und die anderen beiden, 2 besser bewertet ist als 1, 3 besser bewertet ist als 2. 3. Sehe ich bisher auch so, kann man natürlich schlecht sagen bisher alles, aber... Zumindest derzeit ist es noch so. Vor allem das, wie man die Gesundheit erkennt, das ist ganz schlimm. Und das die Gesundheit sich nicht normal regeneriert. Ja, es ist auch recht nervig. Aber zumindest sehe ich, wie viele Medi-Gates da sind. Gut, das Spiel ist natürlich, wie immer, hier... Achso. Das hat was. Die Zeit ist auch noch... Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Sind Sie weg? Es ist sicher, ja. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich... Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Können Sie mir sonst noch mehr sagen? Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs... Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage, in der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch... Ah, diese Soundprobleme, ne? Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Bis jetzt. Und, äh, das Schiff. Wissen Sie, woher es herkam? Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Aber Sie wissen nicht, ob das ein Störgeräusch war. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Oh. Ich muss gehen. Irgendwie würde ich das ja gerne... Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir Ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Was ist denn hier los? Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglering aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Hm. Zum Beispiel. Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber Sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen, als wir. Ist das alles? Das kann ich nicht mehr... Aber danke. Das sollte helfen. Gehen wir. Viel Glück. Jo. Eine Pistole. Ich könnte mal nachgucken. Genau. Nicht besser. Ich finde das gut, wie viele Dinger ich hier habe. Oh ja. Die Pistole nehme ich auf jeden Fall. Die Kessler kann man auf jeden Fall verkaufen. Der ist itch auch. Ach ja. Ich kann D, aber ich weiß nicht, ob die in meinem Team bleiben. Deswegen... Also ich denke mal, dass das hier auch wieder... Wie sieht es mit dem Speichen los? Ich hoffe mal, dass das wie in Mass Effect 2 ist, dass ich auch wieder mein Team aufbauen kann. Dann würde ich denen natürlich auch so mit der Laufe der Zeit bessere Waffen geben. Klar. Was? Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Ja. Commander. Es ist Nihilis. Mittige... Uh. Ähm. Du da. Brennst. Reißer und Phasenposition. Hm. Dass ich auch direkt immer... Dass ich... Ach gut, dann macht es nicht mal die volle Gesundheit hoch. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht, nicht, nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sie müssen vorsichtiger sein. Wir hätten sie beinahe erschossen. Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es... Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt. Vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Nicht, Digaf. Sie sagen, Nihilis wurde von einem Turianer getötet. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn... Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr. Und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Was ist mit dem Sender? Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst hauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Sie fanden sie nicht? Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich... Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment! Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Glücklicher Zufall, muss man sagen. Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Ja, irgendwo stimmt das schon. Erzählen Sie mir, was über den Angriff der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von geht. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Oh, 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 und der Sender. Sie können mir doch bestimmt mehr darüber erzählen, scheinbar. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Klingt auch ein bisschen so. Und das Schiff, ne? Können Sie mir mehr darüber sagen? Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nicht zuvor gesehen. Es, es war riesig. Ich landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und, und es machte dieses, dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wie gesagt, ich hätte das Geräusch mal gerne mitbekommen, aber irgendwie auch nicht. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich, ich kann nicht hier bleiben. Ich muss von hier weg. Ich bin zumindest froh, dass ich diese Pistole, äh... Äh, diese Pistole habe mit 40 Schaden mehr. Das ist immerhin etwas. Äh... Ach, fein nach links ist angreifen. Das ist ja nur ein bisschen ein X. Muss ich ja schon sagen. Falls das jemand so kennt. Äh, fein nach unten, um ihm zu folgen. Okay. Das werde ich, glaube ich, noch, äh... Oh. Das ist nicht gut. Äh, ja. Hä, diese geht ja nicht kaputt. Gehen Sie in Deckung. Sonst, äh, sterbt er. Ach, hier habe ich Jotik-Fähigkeiten. Haben sie ja noch. Wie, nicht verfügbar. Okay, dann. Ach, ist ja schön. Äh, oh. Was ist denn? Äh. Hallo? Warum ist der Typ tot und warum kann ich den nicht wiederbeleben? Scheiße, dieses Spiel derzeit noch. Ja, ich würde gerne überhaupt damit zielen können, dass es die Schauschützung wäre. Boah, Chris Kotzen, das ist ja so richtig scheiße. Das ist ein richtiges Scheißspiel derzeit. Also derzeit vielleicht 30, 40 Punkte, wenn ich auch von der Punkteskalen gehen würde. Muss ich so sagen. Also du siehst einfach gar nicht, wenn du vernünftig Schaden bekommst oder wenn dein Schild wieder heil ist oder so. Die Tatsache, dass, äh, durch das Tutorial auch immer wieder wiederholt ist, macht es auch nicht viel besser. Wir können es nicht vernünftig, wenn die Gegner keinen Schaden mehr haben. Das ist, äh, alles nicht so. Ich kann mit dem Scharfschützengewehr nicht zielen. Das ist doch nicht normal. Ja, folgen Sie mir. Naja, ich kann ja auch nicht im Kampf speichern. Das war ja schon die ganze Scheiße. Das heißt dann ja immer, ja. Wir ja. immer möglich zu speichern. Schnellspeicherfunktion sag ich nur. Jetzt muss ich mich ja wieder heilen. Kost spieglich. Gehen Sie in Deckung. Weißt du, man muss immer diese Kackdreibalken da in, äh, im Blick haben. Boah, ich krieg' die Krise. Wie schnell sterben die denn, bitteschön, alle? Äh, das ist so'n Kack, muss ich sagen. Geh doch in Deckung. Geh doch in Deckung. Du hast fast kein Leben mehr. Dein Schild ist weg. Geh in Deckung. Ja, heilen ist auch nicht. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ich auch. Dieses Spiel, ich bin nicht sicher, ob ich was. Also ich hab mir Mass Effect 1 gekauft, weil ich Mass Effect 2 so gut fand und 3 auch gekauft. Aber mit der Entscheidung, dass ich Mass Effect 1 gekauft habe, bin ich nicht zufrieden. Nein. Eindeutig nicht. Dafür ist das echt zu schlecht. Muss ich so zugeben. Das ist also, du siehst einfach gar nicht, äh, der verreckt. Der verreckt einfach. Das ist mir doch egal. Dann mach ich das Spiel halt alleine, meine Güte. Ist mir jetzt auch zu blöd. Ja, speichern kann ich auch nur manchmal. Ich hab auch keine vernünftige Munitionsanzeige hier. Also. Oh, jetzt fliegen die wieder, oder was? Was ist denn hier? Setz die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spur, um dass wir hier waren. Ach so, jetzt ist auch noch mehr Zeit. Na, guck dir, na, klar. Sprengladung. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Mhm. Ja, die werden eh sterben. Wie das, das weiß ich ja jetzt schon. Ich ziehe gesund. Also, was mich auch aufregt, ist einfach die Tatsache. Du nimmst ein MediG, wovon man ja so gar keiner hat, quasi. Und, äh. Da macht das die Hälfte, wenn überhaupt. Ja, ich bin schon wieder Tor, das ist es ja. Ja, ich bin echt begeistert. Positiv, das ist, äh, das ist tolles Spiel. Muss ich sagen. Es ist ein echt tolles Spiel. Stimmt schon. Es hat auf jeden Fall eine 85er Bewertung verdient. Mindestens ein 90er, vielleicht ein 95er oder 100er. Das Plätze hat, äh, Super Metroid und Karina of Time und so. Also, schon geil. Ich hab wie viel Treffer abbekommen? Zwei, glaub ich. Ach, ich bin da, äh, ja klar, ich bin schon wieder, äh, halt tot. Das ist ja ganz wichtig. Ich bin nicht sicher, ob ich, also ganz unsicher eher, ob ich Mass Effect durchspiele. Ganz unsicher. Dafür ist das einfach zu schlecht, das Spiel. Ja, die Nadelbildchen, äh, äh, repräsentieren auch das Ganze. Das ist ja ganz wichtig, äh, das ist ja ganz wichtig. Sprengladung. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Okay. Ist ja schön. Freut mich. Da sind wahrscheinlich auch keiner. Die halten, niemand hält hier irgendwas aus. Das ist einfach... Vor allem, der sprintet auch so 5 Millimeter. Ermüdet! Ist ja sehr, sehr anstrengend. Ist ja sehr anstrengend. Achso. Kein, weil der erste schon wieder tot ist. Interessiert mich auch relativ wenig. Ich werde hier um die Ecke abgeschossen mit einem Deagle-Headshot wahrscheinlich. Äh, die geht nicht in Deckung. Das ist ja auch ganz klar. Ist ja ganz wichtig. Äh, man könnte ja schließlich überleben. Ach, jetzt... Ach, Sumo. Jetzt muss man noch ein extra Schild machen, weil... Äh... Die... Ach, jetzt muss man auch noch mal der Gesundheit runtergehen. Das ist ganz wichtig, weil das sonst einfach wäre. Äh... Also, es ist quasi... Das ist ganz wichtig, diese Features. Diese mega geilen Features sind ganz wichtig. Das wird euch auch in jeder Deckung immer, äh... Reinsetzt, obwohl ich das nicht sage. Ist auch ganz... Das ist... Das ist... Das macht das Spiel perfekt. Das ist die Sahne auf der Torte. Dass du in die Deckung reingehst, ohne dass ich das will. Wenn jetzt noch, äh... Bugs dazu kämen, dann wäre es perfekt. Dann würde ich das Spiel aber so richtig mega geil finden. Leider, leider sind da noch keine Bugs drin. Hab... Bin ich traurig drüber eigentlich. Aber... Mir reicht es ja, dass, äh... Der Mann eine schlechtere Fitness hat, als ein 250 Kilo Mensch. Von daher... Ist schon... Hat schon was. Ist natürlich... Hochqualitativ. Würde ich schon... Also ist jetzt schon der Burner. Ist auf jeden Fall Spiel des Jahres, des Jahrzehntes und des Jahrhunderts geworden. Und natürlich spielt der Galaxis auch, weil... Äh... Es gibt ja keine besseren. Ach so, ja. Dass die Gegner, äh... Von allen Seiten kommen, ist natürlich auch ganz wichtig. Dass die hinter einen spawnen, äh... Dass die... Von einem selbst nicht, ähm... Folgen. Ihr könnt ja von Intelligenz zeugen. Will man dem Spiel ja nicht antun. Will man dem Spiel nicht antun, wird deswegen lieber vermieden. Dass ich nach jemal, wo die in Deckung waren, das automatisch auswählen muss. Sonst bleiben die am Anfang der Basis stehen. Um den Boden zu beschützen. Der da ist. Weil Boden, weiß ja jeder, ist ein wichtiges Gut. Äh... Da werden auch immer ganze Kriege zu ausgetragen. Äh... Heißt schon was. Heißt schon was. Diese Zwischendurch-Ruckler sind auch dafür da, dass man Zeit hat, nachzudenken. Versteht ihr? Das ist nicht, äh... Da, dass, ähm... Dass das Spiel schlecht programmiert ist. Das ist nur, um den Spielern, äh, darauf hinzuweisen, dass da noch mehr ist. Steht ihr da ist, dass das... Das ist schwer zu beschreiben. Dieses übersichtliche Inventar ist auch ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh... Also, schon brutal, muss ich sagen. Ähm... Dass die Munition auch so aussieht, als würde sie hier schon direkt, äh, gewesen sein. Hat... Hat was. Hat was. Äh... Ist auf jeden Fall unabdingbar. Munition, äh... Munition, äh... Schubbwinte. Achso, ja. Das... Das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm... Obwohl die die Waffen, glaube ich, nicht haben, meine ich, müssen die, äh... Das wegmachen, geht auch ganz gut, wird extra leicht gemacht. Dass man nicht auf Anhieb weiß, äh, wie das geht. Äh, weil das könnte ja einen Vorteil erbringen. Versteht ihr den Vorteil? Und dann... Äh, ist schon... Äh, wäre schon was. So, ähm... Dass man auch so ganz viele tausend Pistolen einsammelt, ist wichtig. Das macht diesen Rollenspielfaktor. Ich mache einen Cut, das ist auch ganz wichtig. Bis zur nächsten Folge, wo ich mich unbedingt drauf freue. Also bis dahin, tschüss.